Wer die wahren Herren des Kirchbergs sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Kirchberg TV. Schön, dass du reingeklickt hast. Liebe Kirchbergianer, meine Anfangsansage muss ich ein bisschen korrigieren. Und zwar, klar, der wahre Herr ist natürlich Jesus Christus. Er selbst ist der Herr von jeder Kirche, so auch hier in Zeitigen Oberflacht. Wer aber die Herren des Glockenturms sind, weil sie hier wohnen, nisten und sich einfach wohlfühlen, das zeigt dieses Video. Es sind unsere Kirchturmfalke, also Turmfalke. Das sind ganz goldige Tiere, die haben jetzt ein Junges und das wird von den Eltern fleißig besucht und natürlich mit Essen versorgt, dass der kleine Turmfalke eben auch wachsen und gedeihen kann. Und wie diese Falke ausschaut, das seht ihr in diesem Video. Ich habe mit meiner Kamera ein paar Bilder gemacht. Jetzt war ich ganz stolz auf diese Aufnahme, weil für mich waren die sensationell. Als ich dann allerdings über die Turmfalke im Internet recherchiert habe, habe ich dann Profibilder gesehen. Und dann bin ich wieder ganz demütig und klein geworden. Nun denn, somit auch diese Botschaft in diesem Video. Seid mit dem zufrieden, was ihr habt. Ihr seid der Fußballspieler, der ihr eben seid. Ihr habt die Noten, die ihr habt und das ist in Ordnung so. Und ich habe jetzt eben die Bilder von meinen Turmfalken, die ich habe. Die sind nicht schlecht, aber natürlich gibt es bessere. Trotzdem bin ich zufrieden. Zufriedenheit, das wünsche ich euch auch. Jetzt viel Spaß mit den Bildern von unseren Turmfalken hier in Seidinger Oberflacht. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Musik Musik Adios und ciao, sagen wir von Kirchbock TV